Welcome to todays tutorial on Dump That Production The Drop So, wir sind da jetzt im Kernei, in Hunterling, im höchsten Bauernkopf und wieder einmal mit Broken Santa und Geki unterwegs und das sollte jetzt sozusagen ein dritter Teil sein von seiner gestreuten Freunde-Crew und da ist er! Broken Santa wieder an TV Wir haben heute einen super guten Mensch dort bei uns das ist der Philipp der macht den ganzen Tag nur Blödsinn der zockt den ganzen Tag, der macht den ganzen Tag nur Scheiß und schaut euch den einmal an! Trommelwirbel mit Fingern! So mal Kamera mal! Jedermal! Wir sind mit dem Metal-Daxi hergefahren es ist eins in der frohe Rudolfske Überbevölkerung das Video wird Bamba! Das ist mein Special-Effects-Typ der ist halt einmal mitgefahren und da haben wir da das ist super! Das ist mein letzter Schultag, wir müssen feiern machen! Naja! Und da ist so viel los, das glaubst du gar nicht! Das ist Wahnsinn da unten! Naja! 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 Naja!